Top 11 ohne Abgänge, Erzgebirge Aue Edition. Wie immer in dieser Serie, nur aktive Spieler, keine Leihspieler und wir versetzen die Spieler immer in ihre beste Zeit zurück. Im Tor muss ganz klar Mendel stehen, aktuell Erzgebirge Aue und eine wirkliche Legende. Dann lassen wir Aue im 4-4-2 spielen, beginn mit dem Rechtsverteidiger Strauß von Hansa Rostock. In der Mitte haben wir Breitkreuz, der zwar zu Bayern 2 gewechselt ist, aber ich wollte ihn nicht vorenthalten. Nebendran Riedl von Waldhof Mannheim und linker Verteidiger Rizuto von Saarbrücken. Im 4er Mittelfeld beginnen wir links mit Kempe, in der Mitte haben wir Nassarov, der jetzt frisch von Aue weggewechselt ist und Rapp von Bremen und rechter Mittelfeldspieler Ben Solinski von Kaiserslaut. Im Sturm haben wir dann Köpke von Duisburg, der bis heute auch noch Rekordverkauf ist und nebendran Krüger von Groningen. Das ist also die Top 11 ohne Abgänge von Erzgebirge Aue. Was meinst du, wäre damit der Aufstieg in Liga 2 drin?